Heute ist Birkir und Hanami neu ins Spiel gekommen und ich freue mich schon mega. Magische Baumpferde, das Birkir ist das Pferd der Birke. Einem Birkir zu begegnen ist ein Zeichen für einen Neuanfang nach überstandenen Widrigkeiten. Birkir sind vor allem im Frühling anzutreffen. Sie helfen oft verirrten Reisenden. Das Birkir gleicht dem geschmeidigen Mavari, so geradlinig und schlank wie die Stämme der Birken. Es schließt sich für je 950 Star Coins an. Die Hanamis gehören zu den Kirschbäumen und sind ein Symbol der Wiedergeburt und Vorbote des Frühlings. Wie die Blüten der Bäume erinnern sie daran, die Schönheit von heute zu schätzen. Denn sie kann morgen schon verwelkt und verschwunden sein. Aber sie wird wiederkommen. Für das Leinauge erscheint das Hanami wie ein normales Percheron. Aber für magische Veranlagte sind ihre wallenden Blütenmähnen und ihr rindenartiges Fell ein wahres Schauspiel. Es schließt sich für je 850 Star Coins deiner Familie an. Als Gefährten sind beide unerschütterlich und begleiten ihren Reiter furchtlos in alle Abenteuer, die sie erwarten. Also das Birkir kostet 950 Star Coins und das Hanami kostet 850 Star Coins. Und wir finden Birkir und Hanami in Geri Goldsands Lager im Moorland. Und hier vorne sehen wir einmal ein Bild in der normalen Form. Und ja, richtig schön. Birkir ist ein Mavari und Hanami ist ein Pecheron, wie schon umgelesen. Und hier unten sehen wir einmal, wenn sie sich verwandeln. Und mega, mega schön. Dann haben wir noch Spinnenhaustiere bekommen. Und ja, ich bin kein Spinnenfreund, aber Nimmersatt und die Birkenspinne Mampfi sind trotz alledem mega süß. Und ich finde auch die Schleifen ganz, ganz süß. Für je 350 Star Coins kannst du sie dir kaufen. Ja, kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, ob du Spinnen magst oder eher nicht. Und ja, dann was ist mit Birkir und Sakura? Birkir und Hanami wurden von den magischen Pferden Birkir und Sakura inspiriert. Und sie war nur einmal für begrenzte Zeit veröffentlicht worden. Und das steht auch nur einmal. Ja, das heißt, sie werden nicht mehr wiederkommen. Aber wir haben Birkir und Hanami. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Denn ich gehe jetzt den Pferdekauf starten. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich dir die beiden Schätze zeige. So, da sind wir wieder. Soeben ist Birkir und Hanami bei mir eingezogen. Und hier vorne steht meine Greenie. Und schaut mal bitte, wie wunderschön sie ist. Wow, also mega, mega. Ich bin ein Riesenfan von den neuen magischen Pferden. Mega, mega schön. Ja, also Birkir ist ja in der normalen Form ein Mavari. Mavaris können sich verbeugen und machen die Pirouette. Und schaut mal bitte, wie schick. Mega, mega schön. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Also, in der verwandelten Form besteht sein Körper aus Birkenholz und hat grüne Blätter an sich. Und ja, schaut einfach. Also, ich finde es mega, mega schick. Und dann die schönen Augen. Wow. Wir zoomen jetzt nochmal ein bisschen ran. Also, wenn man ihn jetzt wirklich in den Wald stellt, er würde gar nicht auffallen. Also, ich finde es einfach mega, mega schön. Und einfach ein Traum. Also, ich mag auch die Schattierungen und wie das gearbeitet ist. Gefällt mir persönlich wirklich sehr. Dann schauen wir uns einmal noch die unverwandelte Form an. Und unverwandelt ist es ein schwarzer Sabino. Und auch richtig, richtig schick. Gefällt mir richtig gut. Vor allem, schaut mal bitte die wunderschönen Augen an. Ein Traum. Also, mega. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welcher euch mehr gefällt. Birkir oder Hanami? Und ja, dann schauen wir direkt einmal rüber zum Hanami. Und mein Hanami heißt Cherry. Und schaut mal bitte. Cherry ist unverwandelt ein Percheron. Und ja, Percherons können den Elchgang. Und mega, mega schön. Und wir gucken uns unsere Cherry auch einmal genauer an. Und schaut mal bitte, wie schick sie springt. Wow, mega, mega schön. Wir gucken jetzt einmal. Ja, wir laufen ein bisschen Schritt. Schaut mal. Gefällt mir mega, mega gut. So, wir gehen jetzt in den Fotomodus. Da können wir am besten ranzoomen. Und der Körper besteht aus Kirschbaumholz. Finde ich auch ganz schick. Also, auch würde gar nicht in der Natur auffallen. Die Mähne ist so ein bisschen Balayage gearbeitet, würde ich sagen. Die Blüten finde ich auch sehr schön. Finde, sie sehen nur ein bisschen drauf, ja, drauf geklatscht. Hört sich schon so böse an. Also, es hätte ein bisschen mehr herausstechen können. Aber, ja, das ist Jammern auf hohem Niveau. Denn ich finde es richtig schön. Schauen wir uns einmal die unverwandelte Form an. Und, bitte. Unverwandelt ist ein Bay Dun Brindle. Und mega, mega schick. Schaut es euch an. Hat auch einen wunderschönen Aalstrich auf dem Rücken. Das sehen wir jetzt gleich. Und, wow. Und hier sieht man auch nochmal bei der Mähne. Das ist richtig schön. Man hat so einen richtig schönen Verlauf. Gefällt mir auch richtig, richtig dolle. Und auch die Fellmaserung. Also, ich finde es mega. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was gefällt euch mehr. Habt ihr euch Birkir oder Hanami gekauft? Und ich sage dann, bis zum nächsten Mal. Eure Tine.